Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute das Angebot des Wettanbieters Intertops vorstellen. Dazu zeige ich euch, wie man auf deren Seite ein Konto erstellt, erstmalig Geld darauf einzahlt und eine erste Wette platziert. Nutzt unser Vergleichsportal www.sportwettenvergleich.net und den dort hinterlegten Link, um direkt auf die Startseite des Buchmachers zu gelangen. Den Anmeldevorgang startet ihr durch Klicken des Buttons Anmelden, der euch oben links angezeigt wird. Wie ihr seht, gliedert sich der Anmeldevorgang in insgesamt vier Schritte, vorausgesetzt der Start wird mitgezählt. Zunächst wählt ihr aus dem Dropdown-Menü hier das Land aus, in dem ihr wollt, in unserem Fall also lassen wir Deutschland eingestellt und starten die Anmeldung. Hier tragt ihr nun eure E-Mail-Adresse ein und nachdem ihr euch einen Benutzernamen und ein Passwort überlegt habt, wählt ihr noch die von euch bevorzugte Währung und geht weiter zu Schritt 2. Nun tragt ihr euren Namen und euer Geburtsdatum ein und wechselt zum letzten Schritt. Hier gebt ihr noch eure Adresse und eure Telefonnummer an und beendet die Registrierung durch Klicken des Buttons Registrieren. Bereits nach wenigen Klicks haben wir die Registrierung erfolgreich abgeschlossen. Was nun noch fehlt, ist ein Guthaben auf unserem Konto. Deshalb machen wir uns jetzt daran, unser Konto erstmalig mit Geld aufzuladen. Klickt auf den grünen Button Konto aufladen. Der Wettanbieter stellt uns eine große Bandbreite unterschiedlichster Zahlungsdienstleister zur Einzahlung zur Verfügung. So können wir beispielsweise per Kreditkarte, per Neteller, per Skrill oder per Option Sofortüberweisung Geld auf unser Konto einzahlen. Sehr hilfreich ist die Spalte hier. Hier seht ihr, welche Kosten mit der Einzahlung verbunden sind und welche Limits in Abhängigkeit von der gewählten Einzahlungsmethode gelten. Außerdem könnt ihr hier ablesen, wann das von euch eingezahlte Guthaben zur Verfügung steht. Beachtet bitte in diesem Zusammenhang, dass das Geld im Falle einer gewöhnlichen Banküberweisung oder einer EU-Standardüberweisung in der Regel erst nach zwei bis drei Tagen auf eurem Konto zur Verfügung steht und ihr auch erst dann mit dem Wetten beginnen könnt. Ich werde nun 15 Euro mithilfe meiner Kreditkarte auf das gerade eben erstellte Konto einzahlen. Nach erfolgreicher Eingabe unserer Kreditkartendaten steht das von uns eingezahlte Guthaben sofort zur Verfügung und wir können uns, nachdem wir zurück auf die Startseite gewechselt sind, direkt auf die Suche nach einer interessanten Wette machen. Dazu möchte ich euch heute zeigen, wie man die Kategorieleiste auf der linken Seite benutzt. Hier sind unterschiedliche Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Basketball, Baseball, Boxen, Cricket und viele mehr aufgelistet und ihr habt die Möglichkeit, euch Wetten sortiert nach diesen einzelnen Kategorien anzeigen zu lassen. Da ich persönlich mich im Fußball ganz gut auskenne, wähle ich zunächst diese Kategorie und lasse mir die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga vom kommenden Wochenende anzeigen. Intertops listet die Spiele nun hier sehr übersichtlich auf und ich habe die Möglichkeit, mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen. Zum Beispiel hier 1. FC Köln gegen FC Augsburg. Hier habe ich die Möglichkeit, auf einen Heimsieg, auf einen Unschieden oder aber auf einen Auswärtssieg zu tippen. Daneben werden mir hier direkt Zusatzwetten angeboten, zum Beispiel eine Über-Unterwette. Das bedeutet, ich kann hier wetten, ob im Spiel insgesamt über 2,5 Tore fallen oder unter 2,5 Tore fallen. Außerdem kann ich hier eine Draw-No-Bet-Wette eingehen. Das bedeutet, ich tippe entweder auf Köln oder Augsburg. Sollte das Spiel Unentschieden ausgeben, bekomme ich meinen Einsatz zurück. Also Draw-No-Bet ist die Abkürzung hier für DNB. Mehr solcher Zusatzwetten stehen dann zur Verfügung, wenn ihr hinten auf den Button Mehr-Wetten klickt. Und wie ihr seht, könnt ihr hier die unterschiedlichsten Wetten eingehen. Zum Beispiel könnt ihr das genaue Ergebnis tippen oder aber ihr könnt darauf wetten, wann das erste Tor fällt und vieles, vieles mehr. Ich persönlich möchte jedoch auf einen Auswärtssieg von Augsburg tippen und wähle das entsprechende Spielereignis hier oben aus. Auf der rechten Seite wird mir dann direkt mein aktualisierter Wettschein angezeigt und wir sehen meine gerade ausgewählte Wette. 1. FC Köln, FC Augsburg, Auswärtssieg, FC Augsburg. Hier fett gedruckt. Außerdem habe ich hier die Möglichkeit, meinen Einsatz festzulegen, zum Beispiel 1 Euro. Und meine Wette platzieren, kann ich dann über Klicken des Buttons Wette hier rechts unten. Machen wir das mal. Jetzt müssen wir die Wettabgabe noch bestätigen. Ja, und wie ihr seht, es dauert nicht mal eine Sekunde und man wünscht uns viel Glück, was uns sagt, die Wette wurde platziert. So einfach ist es also, eine Wette bei Intertops zu platzieren. Daneben bietet der Anbieter aber nicht nur klassische Sportwetten an, sondern auch andere interessante Bereiche, wie zum Beispiel einen Live-Wetten-Bereich. Wie ihr seht, läuft gerade die Coppa Italia in Italien. Oder aber es steht ein Casino-Bereich zur Verfügung. Oder ein Poker-Bereich. Ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick in die Möglichkeiten bei Intertops erhalten. Wenn ihr den Anbieter gleich selbst ausprobieren möchtet, klickt einfach auf den folgenden Link. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Klicken Sie einfach auf das Logo im Bild, um zum Wettanbieter zu kommen.